Herzlich Willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich werde dir in dem heutigen Video mal wieder zwei Trades erklären, die ich gemacht habe. Ein Gewinn-Trade im CL, ein Verlust-Trade im S&P und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ja, wir haben hier oben links den 5-Minuten-Chart, unten der Footprint-Chart, in der Mitte das Orderbuch, hier rechts das Market Profile auf Tagesbasis und unten das Market Profile auf Wochenbasis. Und wir sehen es hier im 5-Minuten-Chart, ich bin hier eingestiegen, da bin ich wieder ausgestiegen und die Idee von diesem Trade war folgende. Wir sehen hier unten rechts im Wochen-Market Profile, dass der Markt hier diese Woche unten eine Seitwärts-Range gebildet hat, ist hier nach oben ausgebrochen, hat hier wieder eine Seitwärts-Range gebildet, ist dann nochmal ausgebrochen und bei den Seitwärts-Ranges sind immer zwei Marktteilnehmer im Spiel. Einmal die Käufer, die den Markt hier unten drücken und verteidigen, ja, die ihre Long-Position aufbauen und die Verkäufer, die den Markt hier drücken und verteidigen, um ihre Short-Position aufbauen. Diese Partei mit mehr Geld gewinnt natürlich immer. Und hier sieht man es ganz gut, der Markt ist hier nach oben ausgebrochen. Das bedeutet, wer hat hier in dieser Seitwärts-Range gewonnen? Natürlich die Käufer. Die haben es hier geschafft, die Verkäufer, die hier versucht haben aufzuhalten, wurden aus dem Markt gespült. Und dann ist es typischerweise so, dass wenn der Markt wieder zu seiner Range zurückkommt, dass dort verteidigt wird, weil es für die Käufer, die hier gewonnen haben, eine gute Gelegenheit ist, um hier nochmal nachzulegen. Und genau das habe ich eben gesehen. Wir sind hier im Wochenprofil auf diese Range gekommen. Ich habe dann dort auch eine sehr schöne Ablehnung gesehen. Hier ist das Ganze nochmal im 24-Stunden-Market-Profile, also vom heutigen Tag. Da sehen wir es, der Markt ist zwar hier nach unten gelaufen, allerdings müssen wir immer wissen, okay, wo sind wir? Weil wenn man das so klassisch betrachtet, ja, dann könnte das hier ein Short-Trend sein. Aber wenn wir hier auf das große Bild sehen, da sehen wir, okay, wo stehen wir denn gerade? Was kann denn hier passieren? Und zudem waren wir auch vom 24-Stunden-Market-Profile an einem sehr interessanten Preisbereich, wo man eben auch eine Ablehnung erwarten kann. Ich handele immer die Ideen, die ich im großen Bild habe, die handele ich dann im kleinen Bild. Deswegen gehe ich dann in, in dem Fall hier, 5-Minuten-Chart und schaue, was der Markt macht. Hier sieht man es im 5-Minuten-Chart links, der Markt hat hier eine schöne Ablehnung gezeigt. Er wurde hier aggressiv nach oben gekauft, was für mich das Zeichen war, okay, gut, hier ist vorbei, sehr wahrscheinlich, ja. Hier wurde der Markt aggressiv nach oben gedrückt. Wir sehen es auch im Volumenprofil. Der ist hier kaum Volumen, da ist nichts. Das heißt, auch unten hier kein Interesse von den Verkäufern, die dann noch unbedingt weiter verkaufen wollen. Der Markt wurde hier aggressiv hochgedrückt, ganz aus Zufall hier an auch interessanten Handelsbereichen. Und als der Markt dann dort nochmal hingekommen ist und ich im Orderbuch gesehen habe, dass hier wirklich ein Käufer einsteigt, dann bin ich hier auch mit reingegangen, hatte ich hier meinen Stop gelegt und mein Ziel war es auf jeden Fall über das Tageshoch zu kommen, also hier drüber, um zu schauen, was der Markt macht. Der Markt ist hier über das Tageshoch gekommen, wurde schneller, ist hier dann auch ausgebrochen. Was ich dann aber gesehen habe, ist, dass sie hier ein Hoch gebildet haben im 5-Minuten-Chart, wo sie, ja, nicht so richtig wollten. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich gehe hier raus aus dem Trade und so tick genau, ja, perfekt, wie ich hier reingekommen bin, so tick genau bin ich dann hier auch aus dem Trade rausgekommen. Das war hier ein bisschen schade, der Markt ist dann hochgegangen, aber so ist das im Trading, ja. Ich zeige das hier transparent, damit man sieht, nicht alles ist perfekt, ja. Man macht genauso Trades, wo man eben mal nicht immer das beste Timing bekommt. Es ist immer eine Frage der Wahrscheinlichkeiten, genauso auch Verluste. Deswegen zeige ich euch das alles und, ja, ein sehr gutes Timing bei dem Ausstieg hier auf jeden Fall gehabt. Und hier die Idee, die ich im großen Bild hatte, habe ich hier im kleinen Bild umgesetzt und habe ich hier mein 4,5-faches Risiko verdient. Ich habe mit diesem Trade ca. 3.600 Dollar riskiert und knappe 18.000 Dollar verdient. Also war hier ein relativ guter Trade, ein sehr, sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Allerdings gab es heute auch einen Verlust-Trade und diesen werde ich jetzt auch mal zeigen. Ja, das ist hier der S&P. Ich bin hier short eingestiegen, da wurde ich dann ausgestoppt und die Idee von diesem Trade stammt hier aus dem 24-Stunden-Market-Profile vom heutigen Tag. Und zwar, der Markt ist hier heute wirklich schön aggressiv nach unten gelaufen, nachdem er hier oben heute in der Nacht gesammelt hat, ist er hier runter, ging dann in die Korrektur und meine Idee war es, dass wir von hier aus, wir sind in die Korrektur gegangen, haben eine kleine Ablehnung gezeigt, dass wir hier dann weiterlaufen, weil meine Idee im großen Bild eben war, dass wir vielleicht so in diesen Bereich hier runterkommen. Was ich hier in dem Moment allerdings nicht direkt auf den ersten Blick gesehen habe, war, dass wir hier dieses Tief wunderschön abgelehnt haben und hochgegangen sind und konsolidiert haben. Wenn Sie einen Tief ablehnen, Sie gehen unter einen Tief, kommen wieder hoch und sammeln. Was bedeutet das? Unter dem Tief ist kein Interesse, Sie kommen hoch und sammeln. Aha, da ist jetzt Handelsinteresse und da haben wir jetzt eine Wahrscheinlichkeit, dass wir hochgehen. Ja, das Ganze habe ich in dem Moment ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt, habe ich nicht reingeguckt in das Weekly Profile, nicht genau gesehen, ich hatte es eben nicht aufgeklappt gehabt. Und ja, als der Markt aber in die Korrektur ging, da habe ich hier dann aber auch gesehen, dass hier an den oberen Preisen nicht mehr so das Interesse vorhanden ist, habe dann hier auch einen Verkäufer gesehen, ich bin hier rein, der Markt ist dann auch in meine Richtung gelaufen, aber ich wollte hier bis zu dieser Konsolidierung, das war hier mein Zielbereich, ja, wo ich gucken wollte, okay, was passiert hier, weil da an diesen Preisen wäre es interessant gewesen und ja, habe dann dementsprechend gesagt, okay, ich riskiere das Ganze einfach, weil mein CL-Trade, der hatte auch sehr hohes Potenzial, also ja, ist nicht schlimm, weil ich weiß, wenn ein Trade läuft, dann verdiene ich damit dann auch dementsprechend und jetzt hier mit dem Trade, ich habe glaube ich auch 3.500 Dollar hier riskiert mit dem Trade und wurde dann aber hier ausgestoppt, habe dann hier den Stop kassiert und ja, war dann eben ein ganz normaler Verlust, also man sieht es auch, man muss nicht immer richtig liegen im Trading, sondern es kommt einfach nur darauf an, ob man seine Ideen, die man hat, umsetzt und letzten Endes sich an seine Regeln hält, weil hier ist ein ganz normaler Verlust im S&P gewesen und der Grund, weshalb die meisten Leute im Trading nicht erfolgreich werden, ist einfach, weil sie es nicht schaffen, sich an ihre Regeln zu halten, geschweige denn, wenn sie überhaupt ein klar definiertes Regelwerk in ihrem Trading haben, ja, dann kommen immer mal wieder Möglichkeiten, die vielleicht unschön sind, ja, die sie dann handeln oder dann in Trades, die dann auch wirklich das Potenzial haben, ja, wie zum Beispiel der Trade im CL, dass sie dann diesen Trade auch nicht wirklich auskosten, sondern einfach viel zu früh dann die Gewinne mitnehmen. Bei meinem Plan war es zum Beispiel auch hier, bei diesem CL-Trade, mein Plan war es, mindestens über das Tageshoch zu gehen, schauen, was passiert und von da aus dann aggressiver das Ganze zu managen. An den Plan habe ich mich gehalten. Ich hätte genauso gut sagen können, ach, da wollen sie nicht, ja, oder der hat schon so eine Bewegung gemacht, hier gehe ich aus dem Trade raus, ne, dann habe ich den Verlust im S&P drinnen. So denken die meisten, ja. Und genau deswegen werden die meisten Trader dann einfach nicht erfolgreich. Also ich wollte dir hier mal so einen kleinen Einblick in meinen Trading geben, dass du einfach siehst, Verluste sind ganz normal, Fehler auch hier im S&P. Hätte ich das wirklich Profile aufgeklappt, ja, dass sie einen tief abgelehnt haben und ich bin da short gegangen, war natürlich auch irgendwo ein bisschen zum Scheitern verurteilt, aber ich sage dir ehrlich und offen, Fehler im Trading gehören einfach dazu. Das ist das ganz normale Business. Schau einfach, dass du deine Gewinn-Trades auch wirklich auskostest und auch wirklich deine Ideen und deinen Plan umsetzt. Ich habe ganz klare Marktszenarien definiert, damit ich genau weiß, hey, unter welchen Szenarien handele ich? Bei mir im Trading ist alles im Vorfeld ganz klar definiert. Ich habe ganz klare Marktsituationen, in denen ich handele. Das heißt, wenn der Markt das macht, mache ich das. Wenn der Markt das macht, mache ich das. Nicht einfach random, wie es die meisten versuchen dann, irgendeine Bewegung zu interpretieren oder auf das zu reagieren, was der Markt einem zeigt. Das ist ein riesengroßer Fehler, dass man denkt, auf irgendetwas im Markt reagieren zu müssen. Nein. Du brauchst einen ganz klaren Tradingplan mit ganz klaren Szenarien, wann du tradest und wann nicht, was du im Chart sehen willst, was du im Footprint-Chart sehen willst, was du im Orderbuch Market Profile sehen willst, ganz klar definiert, wie und wo du deine Stop legst, wie du dein Trade Management machst. Das muss alles ganz klar definiert sein und daran solltest du arbeiten und nicht versuchen, auf jede Bewegung zu reagieren, alles mögliche zu interpretieren. Ja, versuchen dieses Freestyle Trading. Das machen die meisten Leute und genau deswegen sind auch die meisten Leute nicht erfolgreich. Und wenn du das Ganze lernen möchtest von uns, dann kannst du dich auf www.knebel-trading.com auf unser Mentoring bewerben. Wir bringen dir einen ganz klaren Handelsstil bei, sodass man ganz genau weiß, hey, das ist einfach ein Copy & Paste System, ganz klare Marktsituation, wann handle ich, wann handle ich nicht, wie muss der Markt aussehen, was will ich im Market Profile sehen, was muss ich im Chart sehen, im Orderbuch, also ganz klar vorgefertigte Regeln, was man einfach nur umsetzen muss, wo man von uns unterstützt wird. Da kannst du dich bewerben, wir schauen dann, ob du das Potenzial hast und ob wir dich in unsere Community aufnehmen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche dir jetzt noch viele gute Trades, mach's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.